Sie sagen, wenn man sich selber nicht derart in dem Thema wiederfindet und plötzlich vom Kanzler Phrasen, wie Sie das nennen, wie Dritter Weltkrieg und Atomkrieg hört und in den Nachrichten jeden Tag erlebt, was in der Ukraine an schrecklichen Dingen passiert, dann ist klar, dass man Angst bekommt. Das heißt, die Macht der Sprache sollten wir in dem Zusammenhang mal thematisieren? Ja, das glaube ich. Ich glaube, Sie haben das ja eben schon erwähnt. Ich glaube, die Atombombe ist tatsächlich eine psychologische Waffe. Die ist seit 77 Jahren militärisch überhaupt nicht eingesetzt worden. Die Kubakrise war eine psychologische Krise. Kein einziger Schuss, aber wir alle, ich kann mich daran erinnern, ich bin etwas älter als Sie hier, ich kann mich daran erinnern als Kind, wir hatten alle Angst, jetzt passiert der Atomkrieg. Das war wirklich furchtbar, das war ein Drama, ein psychologisches Drama. Und seitdem, nach der Kubakrise, hat man wirklich gesehen, dass man das einhegt mit Verträgen und so weiter. Das war auch richtig. Und jetzt haben wir seit dem 24. Februar 2022 eine völlig neue Situation. Die brandgefährlich ist aus meiner Sicht. Und Putin und Lavrov und auch die Medien in Russland nutzen Atomwaffen zum ersten Mal seit dieser Zeit wieder als Druckmittel. Und die Amerikaner reagieren aus meiner Sicht völlig professionell, nämlich absolut cool und lassen das so abtropfen, reagieren gar nicht drauf, schicken keine Rakete los und sagen, wir wollen jetzt nicht eskalieren. Punkt. In Deutschland, sagt der Bundeskanzler, und das finde ich wirklich unverantwortlich, das hat mich schon erbohrt, ich habe den sehr geschätzt als Finanzminister, ich habe aber den Eindruck, dass er in dem Amt nicht richtig angekommen ist, sagt der Bundeskanzler, wir müssen, wir können, wenn auf die Frage des Spiegel schwere Waffen, das war die Frage. Und da kommt dann in der Antwort seine Angst vor dem Dritten Weltkrieg und von der Atombombe. In dem Moment knallen bei Herrn Lavrov die Korken und er sagt, ja, hat ja geklappt. Das wirkt sich aus auf die deutsche Bevölkerung, denn die Angst vor dem Atomkrieg haben wir alle und zwar zu Recht. Ich finde die Situation zurzeit gefährlicher als in der Kuba-Krise. In der Kuba-Krise hatte Khrushchev noch ein Politbüro wenigstens, das beriet. Jetzt gibt es da nur Putin, Sie kennen das besser, aber ich finde das wirklich hochgefährlich. Und Sie hatten damals noch eine etwas verschrottete Ideologie, die zumindest für die Welterlösung kommunistisch eintrat. Das war nicht kompatibel mit der Weltvernichtung. Jetzt haben wir eine nationalistische Ideologie, wo andere Völker als dreckig bezeichnet werden. Das heißt, da gibt es Vernichtungsimpulse. Ich halte die Situation für gefährlicher als die Kuba-Krise und deswegen, nicht weil ich pingelig bin, finde ich, der Kanzler müsste aufpassen, welche Worte er verwendet, um nicht durch die Worte das, was er vermeiden will, wahrscheinlicher zu machen. Frau Sasse, sehen Sie auch so? Ja, das sehe ich genauso. Ich frage mich gerade, ich horche dem gerade noch hinterher. Was ist psychologisch sozusagen schlimm daran, wenn jemand an der Spitze des Landes auch mal artikuliert, dass auch er Angst hat, dass wir das ernst nehmen müssen? Das will ich Ihnen sagen. Wenn ich als Psychiater mich neben einen depressiven Patienten setze und sage, mir geht es auch schlecht, ich finde es ganz schrecklich, wie es Ihnen geht, es ist ganz furchtbar und ich bekomme feuchte Augen, dann springt der Patient aus dem Fenster, weil er den Eindruck hat, der Psychiater hat die Sache nicht im Griff. Das heißt, ich habe eine andere Rolle. Das kann der Seelsorger machen, aber nicht ich als Psychiater. Und ich will jetzt nicht sagen, der Kanzler ist der Psychiater Deutschlands, aber der Vergleich wäre, der Kanzler muss Stärke zeigen. Also ich glaube, gegen diese Gefahr hilft nur Stärke und Einigkeit. Und beides versucht Putin durcheinander zu bringen, er versucht uns zu spalten. Wir haben inzwischen 50-50 bei schweren Waffen. Die Bevölkerung sagt so oder so. Und das will Russland, glaube ich, eine Spaltung, eine Schwächung. Und wenn man diese ruhige Stärke und Einigkeit, die Amerika im Verhältnis zu Deutschland im Moment ausstrahlt, wenn man das mal ein bisschen nachmachen würde, glaube ich, dann wäre viel geholfen. Frau Sasse, Entschuldigung, ich habe Sie unterbrochen, weil ich wollte eben noch die Antwort hören. Ja, ich wollte was Ähnliches sagen. Also es kommt halt in diesen Zeiten noch viel mehr auf die Kommunikation an. Und zum einen wird mehr Kommunikation auch gebraucht und erwartet von der Regierung. Aber damit steigt natürlich auch die Bedeutung jedes einzelnen Wortes. Und ich würde es ähnlich sehen. Also das hat gerade dieses Interview, hat meiner Ansicht nach auch unnötig weiter Angst gemacht. Weil es natürlich dann auch nicht weiter ausgeführt wird. Und ich glaube, ein interessantes Phänomen, das wissen Sie eigentlich besser, glaube ich, als ich, aber es gibt auch in der sozialwissenschaftlichen Forschung, Forschung zu Emotionen und wie Angst funktioniert. Und das Interessante bei Angst ist, es wirkt ja neben Wut erst mal als eine negative Reaktion. Oder man wird verunsichert. Aber es gibt interessante Forschung dazu, dass Angst bei Menschen nicht nur hervorruft, dass man blind wird vor Angst, sondern dass man gezielt nach mehr Informationen als sonst sucht, dass man eigentlich auch offener wird für verschiedene Argumentationen, dass man aktiver danach sucht. Das finde ich sehr wichtig und sehr interessant. Das ist anders als bei Wut, bei Ärger. Der verengen sich Positionen. Und man kommt auch aus seiner eigenen Blase nicht mehr raus. Und das haben wir auch während der Corona-Demonstrationen vielleicht gesehen, dieses Phänomen. Aber das heißt dann ja ganz genau, dass jeder, der in den öffentlichen Raum, also insbesondere auch aus der Regierung, Informationen eigentlich bereitstellen soll und Entscheidungsprozesse nachvollziehbar macht, damit eine noch viel größere Verantwortung in dem Moment hat. Und ich finde es problematisch, wenn, also jetzt sind wir ja bei einer klaren Entscheidung angekommen in der Regierung, aber wie wir eben schon bei Frau Lambrecht auch sagten, es klingt halt für die Bevölkerung so, an einem Tag wird das gesagt, ein paar Tage später was anderes. Das kann eben nur die Sorge weiter schüren. Man hat nicht das Gefühl, dass es eine konsistente Strategie gibt. Nein. Und natürlich sind das große Themen, bei denen sich gerade auch die Regierung natürlich auch neu, ganz neu finden, aufstellen muss. Und das sind auch viele neue Positionen, auch für Deutschland insgesamt. Aber das ist, glaube ich, ein sehr, sehr enger Grater, wie viel davon dann in der Öffentlichkeit mit dem dann wahrgenommenen Hin und Her vor unser aller Augen stattfinden soll. Jetzt kommt Herr Buschmann und sagt, es gibt Kommentatoren, die schreiben dieser Tage, man sollte keine Angst vor dem Krieg haben. Das halte ich für falsch. Absolut. Ich glaube, dass wir gar nicht so weit auseinander sind, weil Herr Lütz ja nicht sagt, dass man keine Angst haben darf. Sie sagen, man soll nicht so viel in bestimmten Funktionen darüber reden. Er sagt, man kann sie ja... Ich finde, die Angst haben wir alle. Ja, genau. Und es ist eine Banalität sozusagen. Man muss nicht aussprechen. Ich glaube, dass jeder Deutsche im Moment weiß, dass das brandgefährlich ist. Und es geht mir nur darum, wie man darüber redet. Und in einer solchen brandgefährlichen Situation muss man seine Worte als verantwortlicher Mensch sehr genau wägen, weil es gefährlich ist. Wenn ich nur die Frage kurz beantworten darf, was ich sozusagen damit meine, ist, wenn man sich ein bisschen mit der Geschichte beschäftigt, stellen wir fest, dass wir immer gewisse Phasen der Stabilität und des Friedens haben. Und man denkt, das ginge immer so weiter. Das war von 1815 bis zum Krimkrieg so. Da haben die Briten gar nicht verstanden, dass es plötzlich irgendwie zu einem großen Krieg kommt. Die waren völlig unvorbereitet. Die haben ihre Rüstungsausgaben runtergefahren. Da musste Florence Nightingale dafür sorgen, dass die verwundeten Soldaten versorgt werden, weil man gar nicht mehr damit gerechnet hatte. Vor dem Ersten Weltkrieg war das genauso. Man hat 1913 noch Reden geschwungen, es wird nie wieder einen großen Krieg geben, weil ja die Ökonomien so fest miteinander verbunden sind. Und wovor ich einfach nur warne, ist, zu glauben, nur weil wir jetzt sehr, sehr lange viel Stabilität und Frieden haben und die Konflikte immer weit weg von uns waren, dass man nicht davon ausgehen darf, dass es ein Naturgesetz gibt, dass wir nicht auch gegen unseren Willen in einen Krieg reingezogen werden können. Und deshalb müssen wir klug handeln. Das heißt nicht, dass wir Konzessionen an Putin machen können. Meine persönliche Analyse, ich bin nicht der Außenminister, nicht der Verteidigungsminister, meine persönliche Analyse ist, dass Wladimir Putin über Jahre ausgetestet hat, wie weit er gehen kann. Nicht nur in der Ukraine, aber auch in der Ukraine 2014 mit der Krim und sich dann sehr genau angeschaut hat, wie reagiert die Welt. Und offenbar war wohl seine Analyse, so wie die Welt damals reagiert hat, kann ich es mir erlauben, einen Schritt weiter zu gehen. Und deshalb ist das, das hat Herr Lütz ja auch gesagt, so wichtig, dass wir eine Einigkeit hergestellt haben. Wladimir Putin hat gesagt, der Westen, die EU, die sind alle dekadent, ängstlich, arrogant, egoistisch, nicht handlungsfähig. Wir haben in relativ kurzer Zeit mit Wirtschaftssanktionen, mit der Versorgung der Ukraine, mit zivilen und militärischen Mitteln gezeigt, dass wir uns einigen können, dass wir dazu stehen, sie zu unterstützen. Und auch wir als Bundesregierung haben klar gesagt, die Ukraine darf den Krieg nicht verlieren. Warum? Weil nämlich sonst Wladimir Putin auf die Idee kommt, wenn jetzt auch dieser Schritt gelungen ist, was ist dann der nächste? Und wenn wir mit unseren Verbündeten in den baltischen Staaten sprechen, die ja EU-Staaten sind, die NATO-Staaten sind. Ich habe mit meinen Justizministerkolleginnen sind alles gesprochen, die sagen, wir haben die Angst, dass das, was wir in der Ukraine heute sehen, unsere Zukunft ist. Und deshalb muss eine entschlossene Reaktion stattfinden und die stellen wir her. Und die haben wir auch hergestellt und man kann an Kommunikation viel kritisieren, aber wir haben jetzt auch mit dem Bundestagsbeschluss, auch mit der Linie, auch in der Abstimmung mit anderen Staaten, glaube ich, schon eine sehr klare Linie. Wir wollen die NATO-Linie halten, wir wollen die Ukraine unterstützen, damit Wladimir Putin sieht, er kann nicht so agieren, wie er das 2014 offenbar konnte. Und das ist unsere gemeinsame Haltung. Ich muss sagen, jetzt ist vielleicht eine klare Linie da, aber als Bürger finde ich es tragisch, dass es zwei Monate gedauert hat, bis die klare Linie da ist. Ich finde, in der Situation, zum Beispiel diese ganzen Debatten kommen davon, dass der Kanzler so zögerlich ist. Ich stelle mir mal vor, Helmut Schmidt, auch SPD, wäre Kanzler gewesen. Wir hätten nicht nach zwei Monaten erst eine Entscheidung des Kanzlers gehabt zu wesentlichen Fragen. Das heißt, Besonnenheit, was in diesem ersten Brief steht, da bin ich sehr für. Also natürlich muss man besonnen reagieren. Aber es gibt einen Unterschied zwischen Besonnenheit und Zögerlichkeit. Und ich finde, dass Olaf Scholz vor allem zögerlich ist. Dieser erste Brief, der hat ja seine Zögerlichkeit als Besonnenheit interpretiert. Zwei Tage später oder am selben Tag hat er dann doch schweren Waffen zugestimmt, aus Japan irgendwie. Das heißt, es war deutlich, es war Zögern. Es war einfach eine verzögerte Entscheidung. Und ich glaube, dass die SPD dieses Zögern bezahlt. In Schleswig-Holstein zum Beispiel hat man das gesehen. Ich glaube, dass das damit wesentlich zu tun hat. Die Leute sind im Moment auch an dieser Frage interessiert. Und wenn der Kanzler nicht führt in dieser Situation, schadet das natürlich auch der SPD. Frau Strack-Zimmermann hat das gesagt. Es ist alles viel zu spät. So, der FDP kann man einen Mangel an Klarheit in der Frage, glaube ich, nicht vorwerfen. Weil ja nicht nur Frau Strack-Zimmermann, sondern auch unser Bundesparteitag da eine sehr klare Linie herbeigeführt hat. Und dazu sicherlich auch mit beigetragen haben, dass wir im Parlament diese Klarheit haben. Nur meine Aufgabe ist, nicht die Vergangenheit zu kommentieren, sondern die Zukunft zu gestalten. Ist schon klar, Herr Buschmann. Aber trotzdem, Sie sind Teil natürlich auch dieser Verunsicherung. Sie haben ja das Problem, Sie sind Teil dieser Koalition. Das ist kein Problem, sondern ich glaube, dass diese Koalition... Doch, doch, das ist ein großes kommunikatives Problem, wenn der Kanzler agiert, wie er agiert. Und wir werden jetzt auch gleich darüber reden, was Völkerrecht in dem Zusammenhang bedeutet und wie gefährlich diese Situation tatsächlich ist, auch unter juristischen Aspekten. Aber wenn dann die Opposition sozusagen aus der eigenen Regierung kommt und hier sitzt und den Kanzler angreift, dann ist das für uns hochinteressant. Und dann reden wir auch darüber. Aber das Bild einer geschlossenen Regierung gibt das nicht ab. Ja, ich will nur eins abschließend dazu sagen, weil ich, wie gesagt, keine Kommunikationsnoten verteilen will. Sie verstehen doch genau, was ich sage. Es ist, wir sind in einer völligen Ausnahmesituation. Dafür gibt es kein Handbuch. Und deshalb kann man sicherlich immer Punkte finden, die nicht perfekt sind. Ich setze mich nicht hier hin und sage, wir haben alles hundertprozentig immer richtig gemacht in einer doppelkrisenartigen Situation. Wir müssen mal schauen, in welcher Weltlage wir sind. Wir sind ja, es beschäftigt sich mit Phänomenen, was die Menschen umtreibt. Also wir haben es mit Krieg zu tun, wir haben es mit der Pandemie zu tun und so weiter und so fort. Und wir haben jetzt eine klare Linie hergestellt und die Ukraine ist sehr erfolgreich, militärisch extrem erfolgreich, weil sie das selber sehr gut macht, aber auch, weil sie unterstützt wird. Und das ist, glaube ich, ein gutes Ergebnis. Von Amerika, ja, auch aus Deutschland und auch von unseren Verbündeten. Sie wird von über 50 Staaten unterstützt. Und ich glaube, diese Kombination vieler Staaten, dass man gemeinsam hilft, sorgt dafür, dass es die gute, also, das ist ja schwer damit, aber diese starke Unterstützung gibt. Und dass deshalb auch diese außergewöhnlichen militärischen Erfolge, das ist ja bemerkenswert, was die Ukraine in der Lage ist, da zu leisten, sich so lange zu verteidigen, so lange durchzuhalten. Aber bei uns lag es nicht, können wir das auch mal klar sagen. Wir sind nicht diejenigen, die an der Front stehen, aber wir liefern, warum an die Front ist. Der schlimme Verdacht ist doch, und ich glaube, das macht auch den Ärger oder wirklich die Wut zum Teil, den Furor von Herrn Melnyk und anderen aus, dass die das Gefühl hatten, wir haben im Grunde eigentlich ein Szenario im Hinterkopf gehabt, nach drei Tagen ist die Ukraine als Land nicht mehr existent. Und lass uns weiter Geschäfte mit den Russen machen. Das ist nicht die Haltung der Bundesregierung, der ich angehöre. Und das ist auch nicht die Haltung meiner Partei, das ist auch nicht meine Haltung. Und wenn Leute auf die Gedanken gekommen sind, dann ist es deren Sache. Wir haben die Ukraine unterstützt und wir unterstützen auch weiterhin. Und wir haben die klare Linie, wir wollen die Ukraine so sehr unterstützen, dass sie diesen Krieg nicht verliert. Und wir haben, das ist auch, glaube ich, wirklich ein Beitrag, den man auch nicht nur, aber auch mit meiner Partei verbinden kann, dass wir uns auch dazu entschlossen haben, schwere Waffen zu liefern. Das war ja lange Zeit ein Tabu, das war umstritten. Wir liefern jetzt auch direkt die Panzerhubitze 2000. Das ist ein schweres, selbstfahrendes Artilleriegeschütz. Sie haben das im Einspieler gezeigt. Wir sorgen dafür, dass über den Ringtausch auch sowjetische schwere Panzer in die Ukraine kommen, damit sie sich damit verteidigen können. Nochmal, ich sitze nicht hier mit der These, es war alles perfekt und großartig. Okay, damit deuten Sie an, dass es wirklich nicht gut war. Und damit unterscheiden Sie sich aber auch von dem Kanzler, der ja in jeder Erklärung eigentlich immer nur sagt, wir haben alles richtig gemacht und ich habe immer richtig kommuniziert. Und ich glaube, das ist auch das, was die Leute ärgert. Es hat ja jeder Verständnis dafür, dass es eine schwierige Situation ist, dass man nicht an Tag eins genau weiß, wie es geht. Ich habe auch gehört aus Sicherheitskreisen tatsächlich die Einschätzung über die ukrainische Wehrhaftigkeit. Kurz nach Beginn des Krieges habe ich das Bild gehört. Die Ukraine ist wie ein Igel, der sich quasi zusammenstachelt, über den ein Panzer drüberfährt. Und sozusagen, das ist das, was übrig bleibt. Wenn man natürlich, wenn das so heißt, wenn man sowas hört, dann ist es vielleicht auch nicht verwunderlich, dass Christian Lindner, so wurde es ja berichtet, wohl mal zu Herrn Melnyk gesagt hat, naja, also sozusagen finden sie sich ab, sinngemäß, ja, das wird wohl nichts werden mit einem Sieg. Jetzt sind ja viele erstaunt, also auch übrigens, da nehme ich die Medien gar nicht aus, wie tapfer die Ukraine da kämpft und auch letztlich wie strategisch und militärisch schwach die Russen sind. Die erobern Dörfer, Städte zurück. Ich erinnere mich auch an Sendungen hier, wo wir dachten, es ist nur noch eine Frage von wenigen Tagen, bis die Ukraine fällt und jetzt, man kann ja auch, das ist ja auch total legitim, wenn die Öffentlichkeit und die Medien überraschen, als auch die Bundesregierung. Die Frage ist nur tatsächlich, da ist Kommunikation, wir haben es jetzt gesagt, sehr wichtig. Und das ist ja nicht nur, wir haben jetzt über die innenpolitische Dimension, die Angst gesprochen. Was mich eigentlich mindestens so ärgert, ist die außenpolitische Dimension, nämlich, dass man immer klar an Russland signalisiert, was man alles nicht macht. Ja, oder wovor man Angst hat. Also ich erinnere mich noch an die Zeit der Sanktionen, da war es genau im Gegenteil, da hat man gesagt, wir wollen nicht so viel darüber reden, was für Sanktionen wir verhängen, um sozusagen Russland in dieser Unsicherheit zu lassen, diese Ambiguität, wer weiß, was da passiert. Jetzt sagen wir, also um eins musst du dir schon mal keine Sorgen machen, Sadimir Putin, wir werden auf gar keinen Fall eine Flugverbotszone errichten, wir werden das, das, das und das alles nicht machen. Wir haben nämlich die Hose voll, um es mal so salopp zu sagen, Kriegspartei zu werden, das wollen wir auf gar keinen Fall. Dann fällt ja, was übrigens falsch ist, darüber reden wir vielleicht gleich noch, quasi die Atombombe in Berlin. Also dass man diese Szenarien öffentlich den Menschen sagt und ans Ausland signalisiert, ich finde das wirklich desaströse Kommunikation. Es gibt einen interessanten Satz, wir kommen sofort zu Ihnen, Frau Sasse, von Herrn Lütz in dem Zusammenhang, weil es gerade passt. Er sagt, wenn Olaf Scholz ein eigenes Interview glauben würde, dann müsste er sagen, dass er den Dritten Weltkrieg wahrscheinlicher gemacht hat. Ja, weil er zwei Tage danach die schweren Waffen liefern lässt und er hat ja vorher die Angst vor dem Dritten Weltkrieg als eine Begründung. Das ist das Schlimme. Also dass man Angst vor dem Dritten Weltkrieg hat, das haben wir ja eben schon gesagt, das finde ich auch völlig berechtigt. Aber als Begründung für ein Nichthandeln ist es brandgefährlich und so politisch unklug, wie man es nur machen kann und eine Aufforderung an Putin weiterzumachen mit diesem Zündeln, was ja wirklich brandgefährlich tatsächlich ist. Und wir können wenig tun und deswegen gibt es so einen gewissen Aktivismus, auch von Intellektuellen, die Briefe schreiben und so, sehr gute Briefe und anders weniger gute Briefe, die eigentlich hilflos in dieser Situation sind. Sie haben gesagt, es gibt kein Lehrbuch dafür. Also ich darf nur noch mal zu diesem ersten Brief vielleicht was sagen, kurz. Dieser erste Brief ist eigentlich die Aufforderung an Olaf Scholz, keine schweren Waffen zu liefern. Und da steht ja der für Ukrainer beleidigende Satz drin, dass auch das Opfer Verantwortung hat für das, was passiert, nicht nur der Aggressor. Und das ist in der jetzigen Situation tatsächlich, das haben Sie, glaube ich, auch mal gesagt, eine Täter-Opfer-Umkehr. Das geht gar nicht. Aber diese Überlegung aus dem philosophischen Seminar von Herrn Merkel passt natürlich auf den 25.02.2022, in dem Moment, als Selensky von den Amerikanern das Angebot bekam, wir fliegen dich aus. In dem Moment musste er sich die Frage stellen, haben wir eine Chance zu widerstehen? Wenn er zum Ergebnis gekommen wäre, wir haben keine Chance zu widerstehen, hätte er ausfliegen müssen moralisch, weil er sonst Tausende von Ukrainern geopfert hätte, obwohl er gewusst hätte, dass er keine Chance hat. Und zweitens musste er sich die Frage stellen, steht mein Volk dahinter? Ist mein Volk bereit, sein Leben einzusetzen für die Freiheit? Wenn er zum Ergebnis gekommen wäre, dazu sind die nicht bereit, hätte er ausfliegen müssen. Er ist nicht ausgeflogen und er hatte Recht. Er hat beide Fragen mit Ja beantwortet und er blieb da. Und ich glaube, dass der Widerstand der Ukraine wesentlich an dieser Person liegt. Und Sie meinen, das wäre sozusagen das kleine Fenster gewesen, wo eine solche Aufforderung Sinn macht? Wo der Brief zutreffend gewesen wäre, aber das ist eben ein philosophisches Seminar. Ja, jetzt ist dieser Brief beleidigend und völlig neben der Realität. Und ich interpretiere das als Psychotherapeut so, dass ich den Eindruck habe, und das meine ich gar nicht irgendwie ironisch, dass viele Intellektuelle in Deutschland ihre geistige Heimat verloren haben. Die haben das, was sie jahrzehntelang gedacht haben über Frieden. Ich habe das gesehen gestern, dass der Arzt gegen den Atomkrieg, das hat mich tief gerührt, der ist in Tränen ausgebrochen. Weil sein ganzes, was er immer gedacht hat, nicht mehr funktioniert. Er hat das gemerkt, dass es nicht mehr funktioniert. Und Intellektuelle schreiben dann eben Briefe und Texte, um ihre Hilflosigkeit auszudrücken. Jemand wie Alexander Kluge, den ich sehr schätze, Habermas, ein großer Philosoph. Vorbei an der Situation, weil diese Situation eigentlich seit 70 Jahren fast undenkbar war. Aber, Frau Sasse, es geht natürlich bei alledem. Und das ist dann schon ein entscheidender, wichtiger Punkt, um die Frage, wie groß ist die Gefahr, dass wir sozusagen in der Art von Schlafwandlern, ja, Christopher Clark, das berühmte Buch, immer tiefer reingezogen werden. Plötzlich in einer Situation uns wiederfinden, die keiner jemals so gewollt hat, aber aus der wir dann natürlich auch nicht mehr rauskommen. Stichwort, an welchem Punkt bist du plötzlich selber Kriegspartei? Und wer definiert, ob du Kriegspartei bist? Das heißt, wie schauen Sie da drauf? Auf die Tatsache, dass zum Beispiel jetzt auch ukrainische Soldaten in Deutschland ausgebildet werden. Und ich sehe das ein bisschen anders als Herr Lütz. Ich finde, als Demokratie müssen wir die Debatte darüber führen, ob wir das alle zusammen wollen. Das müssen wir verhandeln. Ich finde auch, dass wir Debatten führen müssen. Ich würde allerdings auch zustimmen, dass ich glaube, viele, die sich zu Wort melden, beschäftigen sich eigentlich mehr mit sich selbst und ihren vertrauten Argumentationsmustern als mit dem, was jetzt gerade vor Ort in der Ukraine passiert. Bevor ich auf Ihre Frage komme, würde ich kurz ansetzen bei dem Punkt des Widerstands der Ukraine, der ja auch so viele erstaunt hat. Und ich würde nicht sagen, dass es mit dem Moment, dass Selenskyj nicht ausgereist ist, hat dieser Widerstand begonnen oder wurde ermöglicht. Das ist ein wichtiger Moment gewesen. Ein wichtiger Moment. Ich hätte anders kommen können, wäre er ausgereicht. Ein Moment der Entscheidung. Darum geht es ja. Genau, aber ich würde behaupten wollen, dass er gar nicht an das Verlassen des Landes gedacht hat. Und hinter ihm steht ein Land, eine Bevölkerung, eine Gesellschaft, die wir auch einfach lange, auch in der deutschen Öffentlichkeit, nicht wahrgenommen haben. Und es gab auch vor dem Krieg viele Anzeichen dafür. Da kann man natürlich nicht genau wissen, was dann in der Kriegssituation genau passiert. Aber ich würde sagen, der Widerstand und auch das, was wir sehen gerade, was auch ja auch an gesellschaftlichen Engagement, da beschäftigen sich schon Leute wieder mit Wiederaufbau von Brücken und Strukturen. Da werden Dinge erhalten, die sich eigentlich kaum erhalten lassen im Krieg. Und das führe ich darauf zurück, dass eben diese Gesellschaft sich auch schon in einer Weise entwickelt hatte, die wir nicht wahrgenommen haben häufig. Und für die wenig Platz war in einer doch sehr stark auf Russland fokussierten Debatte. Und letztendlich auch der Politik, obwohl natürlich Deutschland auch in der Ukraine politisch auch mit aktiv war. Aber jetzt zu Ihrer eigenen, das war mir wichtig, das zu sagen. Und ich glaube, diese Überraschung, die muss man, glaube ich, irgendwie so fassen, dass das eigentlich für Leute, das sage ich natürlich jetzt als jemand, der seit Jahren zur Ukraine und zur Russland auch zur Gesellschaft Forschung betreibt. Und da stelle ich mir natürlich auch, um das auch selbstkritisch einzuordnen, auch die Frage, wieso haben wir es denn nicht mehr geschafft, darüber mehr zu sprechen und auch in der Öffentlichkeit darüber mehr zu sprechen und es präsenter zu machen. Also ich urteile das jetzt nicht nur ab, sondern setze mir auch selber den Hut auf. Denn das haben wir, diese Veränderung, diesen Willen, Unabhängigkeit und den Staat der Ukraine aufzubauen, nach einem demokratischen Modell, das ist lange, lange klar. Und das ist eben durch diese Massenmobilisierung 2004, 2013, 2014 immer wieder bestärkt worden. Und das ist aber, glaube ich, in unserem Bewusstsein hier zu wenig angekommen. Aber jetzt zu Ihrer eigentlichen Frage, wann werden wir Kriegspartei? Und ich glaube, also die kurze Antwort ist, also es ist natürlich rechtlich definiert, aber im Endeffekt, das Entscheidende wird sein, wann Putin denkt, jetzt ist irgendeine Grenze überschritten. Nach dem Motto, das ist der Graubereich, den nehme ich. Das könnte dann passieren. Ich selber sehe nicht beim Trainieren von ukrainischen Soldaten und auch nicht bei der Lieferung schwerer Waffen. Und das ist ja auch unter dem völkerrechtlichen Begriff, dass man einem Land, das angegriffen wird, was natürlich gegen jegliches Recht verstößt, dass man zur Verteidigung eingreifen kann. Das heißt dann auch in keiner Weise, dass dort eine zwangsläufige Folge danach kommt. Also dass dann sozusagen die andere Partei, Russland, das Recht hätte, sich darauf mit anderer Gewalt wieder zu beziehen. Aber ich glaube, im Endeffekt ist es diese politische Entscheidung und da stecken wir im Kopf nicht drin. Und das sollte uns aber auch dann nicht von diesen Entscheidungen jetzt abbringen. Vielen Dank.